Es gibt drei Gruppen von Blutkörperchen. Die Gruppe mit der bei weitem größten Anzahl von Zellen ist die der Erythrozyten. Das sind die roten Blutkörperchen. Ihre Hauptaufgabe ist der Transport von Sauerstoff aus der Lunge in die verschiedenen Körpergewebe sowie der Rücktransport von Kohlendioxid zurück in die Lunge. Da sowohl Erythrozyten als auch rote Blutkörperchen sehr umständlich auszusprechen ist, werden sie im Krankenhaus oftmals nur Eris genannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017